Aber da müsst ihr auch... Wow! Wie wär's, wenn du dich um den Creeper kümmerst, anstatt... Andi? Aber... Nice. Rufft die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Titan 2! Und wir gehen auf den... Server! Yo, 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 yo! Da ist ne dicke Party! Dicke, dicke Party! Ich hab nachgeguckt, Scharts... Scharts bringen echt nichts. Können wir noch irgendwas übersehen? Vielleicht hier hinten? Pferde können einen nicht vor Fallschaden schützen. Also nicht vor... tödlichem Fallschaden. Ach man, ich wollte doch so gerne hier noch was finden. Wir müssen wahrscheinlich die ganze Bude abfackeln, um noch was zu finden. Ja. Aber... Ja, weiß ich nicht. Bestimmt ist irgendwo noch... Warum ist hier ne Lampe versteckt? Warum? Ich war nicht draußen, ne? Ja, ich komme raus. Ich komme raus. Ja, wir werden rubs die fanden, ne? Zum Beispiel 40 Titan. Zum Beispiel. Ich bin schon so ein bisschen sad. Oh, ist das witzig für ihn. Ja, ein bisschen. Sind wir nicht noch in die richtige Richtung unterwegs? Ich glaube nicht. Oh, Team... Guck mal, da werden welche... Ey, 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 komm mal zurück! Wird von Spinnen attackiert, ich muss essen. Was doch gar nicht Nacht? Ja, irgendwie müssen wir die abgefuckt haben gerade. Also, es wär jetzt nicht so gefährlich gewesen. Ich hab meine vier Herzen verloren. Die... Chimiii. Es ist echt ganz gut, dass man keinen, keinen Friendly Fire machen kann, Alter. Oh ja. So, wie kommen wir jetzt zur Stadt? So. So. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, wo du hingerannt bist. Hast du da? Nein. Äh, hast du noch Knochen jetzt? Wo warst du so viel Kacke im Inventar? Wie geht nochmal Quick-Drop aus dem Inventar? Ja, ist halt echt so. Steuer... Kuh. Doder, Havan und Kuh. Ach. Oder Steuerung, Kuh ist, glaube ich, alles. Stoppisch, genau. Schalkuh und auch alles von dem Typ. Ja, ach so, alles von dem Typ sogar. Also, ich hab schon noch krassen Stuff bei, den ich aufstellen würde, wenn wir wen angreifen. Zum Beispiel würde ich deine Wupsi-Fanden-Köpfe setzen und ich hab noch die Banner von diesen Pinken-Fanaten. Fight! Jo, mach den Creeper halt wieder. Aggro, Makro. Ich weiß nicht, ich kann nicht dein Pferd schlagen, wenn du draufstehst. Soll ich mal testen? Oh, kannst du doch. Ich kann's ja mit ein Patroso. Doch. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn mit einem Schwert mache. Gut. Ja, nice. Jetzt muss es reichen, ich probier's. Tide ein Tier. Yeah, hat beim ersten Mal geklappt. Moment, jetzt muss ich noch... Hier ist schon beim Mohn. War doch hier irgendwo gerade, ja. Ja, ja, ja. I see, I see. Zack. 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 Come to me. Na, 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 na. Ist... Nein, ich meine, für den Gegensatz. Wieso? Der... Ach so, ja. Aber ich meine... Zeitenschwer dürfte der Turin sein. Wie gesagt, das Schlimmste ist ja eigentlich nur, wenn wir uns gegenseitig machen. Ja, trotzdem. Aber wenn du noch einen Hund hast, hast du noch einen Hund. Hey, nobody got time for that. Wir sind alles drauf. Oh Gott, wenig Kraft und Turbination. Ja, wir sind drauf. Sind die da? Nein, ich dachte gerade, weil du so über die Kuppe geguckt hast und dann... Ja, ich stecke fest. Das hält. Ein Tier ist verfordert mit der Umwelt. Ich sag mal, ich glaube auch, wir laufen gerade nicht sehr tief, ich glaube, wir müssen wirklich in die Mitte rennen. Hast du mal... Also wir können jetzt ruhig Koordinaten gucken, wir bewegen uns ja die ganze Zeit. Ach was so. Ja, nice job, Andi. Das wreckt. Erst du dein Pferd töten? Das wreckt. Nee, mit G. Get wrecked. Wo bist du mein Hund? Der rennt mir hinterher. Koordinaten. 00 müsste doch ein Weltmittelpunkt sein, ne? So in etwa, ja. Habe ich meinen Hund gerade hingesetzt? Nee, der stand da eigentlich. Dann müssen wir in die Richtung. Wird schon. Hier geht's Richtung X0. 100 Blöcke von der Weltmitte entfernt. Also in X-Richtung. Ich habe das Gefühl, ich habe den Hund schon verloren. Eigentlich schon, ja. Hier links. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ach da. Ich hänge fest. Ah ja, ich siehe. Slack hat... Oh Gott! And then he moved. Hier ist ein großer Baum. Uh, ist das? Kannst du mal looten? In diesem Kisten. Ist das? Ja, sofort. Aber da müsste doch... Woa! Wie wärs, wenn du dich um den Creeper kümmerst anstatt Andi? Nice. Leckt es immer noch? Warum hat es geleckt? Ach so. Ja, okay. Safe Schuld. Ja. Das war dumm. Wir haben kein Pferd mehr. Das Pferd lässt sich aber gleich geschafft. Es scheint auch kein Hund mehr. Naja. Du müsstest eigentlich wieder in diese Steppe gehen, weil hier scheinen ja nicht so viel zu scoren. Wir finden sicherlich noch... Ich glaube, das wäre kampfentscheidend gewesen. Aber ich weiß ja nicht, ob du damit in die Stadt reinkommst. Na, ist schon ein krasses Ding. Guck mal, dass du schnell bist. Der kann dir nicht wegrennen, ne? Ja, okay. Easy as it gets. Aber weil du kannst damit schon richtig krass rein Sprintenings machen. Ich glaube, da geht's zur Stadt. Ja. Nee. Ach nee, ich glaub wir sind wieder bei unserem Schiff. Da war ein Creeper. Sag mal, siehst du gar nichts mehr? Nö, wieso? Bei diesem Schiff waren wir doch schon... Nee, das ist die Stadt. Das ist die Stadt. Das ist die Stadt. Das lädt nur so langsam bei mir gerade. Alter, wenig rasiert. Wenn wir ein Pferd haben. Rasiererei. Ob der bei Gillette arbeitet? Ich bin Pferd. Lass mal nicht so voneinander weggehen. Lass mal die Hexen töten. Dadurch alle meine Herzen verlieren. Lass mal die Tränke holen von denen. Ja, I have no... Verschwend dafür nicht deine Pfeile. Das ist totale Verschwendung. Ja, dann halt doch. Lass aber, lass hier mal verblenden. Hä, war richtig easy. Aber die haben ja keinen Trank getroppt. Also leer. Lass mal hier lang gehen. Ja, weil sie fickeln. Sie fickeln, sie fickeln, sie fickeln. Wir haben auch immer noch keine Apples. Wie viele? Warte. Drei. Dann lass mal direkt verkraften. Stell mal eine... Achtung! Boah! Junge, erschreckt mich. Erschreckt mich nicht nochmals. Junge. Der Hund ist wirklich schon weg. Gut. Schau. So, äh, Apple. Also der richtig krasse Golden Apple ist ja verboten. Dann kann ich... Kann ich ja nicht direkt durchkraften, ja. Oder wie viele Diamanten haben wir? Äh, ja, dann muss man mal Diamanten geben. Ich hab nur sechs. Äh... Mach's gut, mach's gut. Dann kann ich ja direkt alle verwenden, ne? Äh, gib mir noch einen Diamanten, bitte. Oder ist es keiner mehr? Hm, ja, einen. Aber nur einen, bitte. So, wie viele Diamantäpfel hast du? Ja, hier, dann hast du noch einen. Komm her. Weg. Zack. Ja, selber schuld, ne? Du musst deinem Pferd zuleiten. Das ist richtig nervig. Du bist ein Löwe. Ist halt echt so. Warte mal, nicht so weit weg, Rem. Ich weiß ja nicht, was du da machst. Guck doch, ob die Pferde sind. Dann schrieg's auf, dass der Hund weg ist. Hätte den jetzt gerne gehabt. Aber ich hab den doch nicht hingesetzt. Der muss sich, äh... Gefailportet haben. Dann haben wir doch letztens bei Krono auch, dass der irgendwie hing. den Hänger schon hatte. Ja, klar. Ja, aber da wird auch irgendwie... Über Algebra gekriegt. Ja, aber nicht heute, ne? Hm, I doubt it. Boah, Alter, vor allem, wenn wir mehr... Wenn wir zwei Hunde hätten, könnten wir ja sogar breeden, ne? Eigentlich gar nicht. Das ist halt auch witzig, wenn die mit Fighten. Wie viele Creeper hier? Was ist denn los? Was ist denn alles? Alter, wie die alle gleichzeitig gejoint und so sind. Ja. Können jetzt Spawntrappen gehen. Hochgehen und warten, dass sie wieder joinen. Muss das die Spawnprotection haben. Dann raten. Ja, das stimmt. Sag das doch keinem. Wo ist mein Pferd? Eigentlich der Pferd. Jetzt waren wir bei der Stadt. Das ain't no one. Kurz vorher verreckt. Das scheiß Mist fliech einfach. Okay. Kann es nicht sein, dass jetzt hier keins ist? Nur wenn wir nach diesem ganz hinten laufen, oder was? Ich will, Alter! Nein, machen wir nicht. Das hast du ja mal gesagt. Eben hast du erst gesagt, nö, es war so geil. Ja, deswegen. Du hast gesagt, dass wir das machen. Also machen wir das jetzt auch. Sind wir eh schon so weit weg, dass es nicht mehr lohnt, umzudrehen. Ja, überhaupt nicht. Nein! Lohnt sich total wieder ans Ende der Welt zu rennen. Kannst du ja erwarten, ob ich so meine. Smarter idea. Not. Auf dem Weg verbrauchen wir unser gesamtes Essen, oder was? Warum sind hier so viele Berge auf einmal? Nee, waren die voll nicht da, nee. Das sieht noch Steppe aus. Jetzt können wir eigentlich auch wieder in die, in die, in den Wind. Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin jetzt bei so großen Bergen. Ja, warst du immer noch in Birkenwald? Bin ich in der Steppe. Ja, dann solltest du trotzdem mal warten, du Lappen. Ich weiß nicht, wo du bist. Du hast halt eben nicht gerade ausgelaufen, glaube ich, sondern links. Ja, trotzdem links gelaufen. So, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Hier müssen aber irgendwo Pferde sein. Also, das ist eine starke Schafsteppe hier. Ich glaube, das heißt aber nicht, dass keine Pferde spawnen können. Ein bisschen hinter mir, ne? I don't know. I don't know. Nee, wenig ist hinter dir. Das ist doch, was wir damals gefunden haben. Armeid. Gut. Oh, die Weltworder. Achtung. Will sie sehen. Oh, die Worldworder. Wie? Da kommen wir gar nicht mehr hin? Ja, lass mal rechts umlaufen. Schade. Warum? Lass mal links rumlaufen. Weil da die Pferde waren. Ja. Ja, keine Ahnung. Ein einziges Problem ist, wenn wir jetzt an der Worldworder lang gegengleich mit jemand getötet werden, wenn wir reingeportet. Wo? Wo? Worldworder. Äh. Was vom Töten an? Wie wird kleiner, je weniger Spieler da sind. So, ich dachte, das ging irgendwie auch wochenweise oder so. Ach, wir sind so gut informiert. Wir sind so gut informiert. Ich fülle meinen Hund zurück. Ich fülle meinen Pferd zurück. Ist das nicht eigentlich auch die Richtung gewesen, wo der Winterwald war, wo wir durchgekommen sind? Das ist komisch. Wir sind vorbeigelaufen. Wie schnell läuft Minecraft? Oh, hier ist die Worldworder. Boah. Was ist denn los mit mir? Was ist mit wie schnell Minecraft? Weiß ich doch nicht. Paar Meter die Sekunde. Was ist das Grinter? Du musst dich am Berg lang oder was? Ja, hier unten. Was ist das? Haben wir hier? Ich glaub doch, guck mal, da kommen Tannen. Da könnten wir gewesen sein. Meinst du, das ist vielleicht der Winterwunderwald? Naja, Wunder. Ja, wie hier. Ach, Alter. Vielleicht find ich jetzt ja auch einen Hund wieder. Das wär auch nice. Ah, ich find's gut, dass man hier die Worldworder schön sieht. Naja, ich versteh nicht, warum man nicht einfach die Standardworldworder genommen hat. Die ist doch noch viel schöner als dieses komische Partikelding. Find ich eigentlich ganz nice. Das ist so'n komischen Streifeneffekt, ne? Das müssen wir gleich da sein. Ja, irgendwie in den Winterwald rein, ne? Ja, da ist die Worldworder. Ja, da ist die Worldworder. Wahnsinn. Warum? Sicher? Weiß nicht, wo der Kreis lang ging. Aber wir kamen doch eben aus nem Winterwald. So ein. Kannwald. Ja, hier ist die Worldworder. Ach, Mann. Kannst du nur wie hier lang sneaken. Boah. 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 Was habt ihr letzte Folge gemacht? Ja, wir sind irgendwie im Kreis gelaufen. Um mein Pferd zu finden. Aber ich weiß auch gar nicht, was zu machen. So's im Endeffekt wahrscheinlich umbringen wird. Okay. Wahrscheinlich, was uns nicht mal annähernd nützt. Doch, dann haben die Leute Angst vor uns. Wenig, wahrscheinlich eher weniger. Wir reiten gleich auf Pferden. Das hatte ich eigentlich vor. Nein. Ich weiß doch nicht, wie gesagt, ob du hochkommst damit. Ich krieg das Pferd da schon irgendwie hoch. Mein Wille, dein Weg. Ich frage mich gerade, ob mein Hund, ob der da ist, wenn ich jetzt nicht da bin und jemand in diesen Chunk kommt und den angreift, ob der dann den töten könnte. Wie witzig wär das denn eigentlich? Der Fug. Total. Sehr witzig. Alter, wie kann's denn sein, dass wir nicht da sind? Nee, gefühlt schon doppelt so lang gerannt wie vorher. Ziemlich optimal. Och, Dead Candy. Jetzt bin ich durchs Wasser. Ich krieg's kotzen. Ich würde nur mein Pferd wieder haben. Du kriegst dein Pferd nie wieder. Das ist tot. Nein. Rizulen ist tot. Ich weiß gar nicht, gibt's eigentlich sowas wie, wenn jemand in der Nähe von jemandem ist und gerade mit dem kämpft, wird der trotzdem gekickt? Ich glaube, wenn man irgendwie alle ... Es gibt so eine Zeitregelung, wenn ein Hitz ausgetauscht wurde und danach dann irgendwie ... Ein Hitz ausget ... What the fuck? Ein Kristallpenis. Wo bin ich da hin? Das könnte der Winter-Wunderwald gewesen sein, in dem wir vorhin waren. Vielleicht. Ey, das ist doch ein Killer-Rabbit, wenn's rote Augen hat, oder? Ja, das ist doch ein Killer-Rabbit. Killer-Rabbit sieht nochmal anders aus. Ah, da hinten ist doch die Blumenwiese. Ja, und das ist dann der Winterwald, wo wir vorhin drin waren, ne? Da muss ich da nochmal rein und gucken, ob mein Hund noch da ist und ich glaube, ich ihn hingesetzt habe. Wenn wir jetzt da gerade so weiter durchgehen, dann kommen wir jetzt vom Ding an. Zur Steppe. Und dann gehen wir nächste Folge in die Stadt. Aber ich denke, auch hier wird weg. Ich denke, auch hier wird schon wieder gewesen sein. Super-Man-Versteck. Ich bin drin. What the fuck? Ja, ich auch, aber. Don't know me. What are we looking for? Wie gesagt, das ist uns doch schon wieder gewesen sein. Hier war auch... Ich krieg auch was tun. Hier könnten zwar wieder so goldene Sachen sollen, aber... Wurde's gekickt. Ich hab' ich gar nicht gemerkt. Na gut, das war's dann wieder. Nächste Folge gehen wir in die Stadt. Ja, sehr. Ja, und wie ich sagen, könnt euch ein Abo oder es bleiben. Bis zum nächsten Mal.